Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Powerwall Simulator. Mein Wecker war gerade nicht ergehen. Ist immer aufgedrückt. Nichts passiert. Super. Ich war ganz stolz. Okay. Das ist jetzt auch fertig. Okay. Dreck, 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 Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Okay. An der Meiste komme ich jetzt gar nicht mehr so dran. Bisher schaffe ich das halt nicht. Wahrscheinlich muss ich die letzte Folge schneiden. Ich bin mir nicht sicher. Ich war irgendwie so vertieft. Ich weiß nicht, wo drin ich vertieft war, aber irgendwo war ich da anscheinend vertieft drin auch. Manchmal vergesse ich das einfach, dass ich dann aufhören muss. Oh. Aha. Super. noch irgendwo. Da ist noch ein bisschen was. Ah ja. Gut. Schafft er das überhaupt bis dann noch da oben? Ich bin ehrlich gesagt, es ist sicher anscheinend ja doch. Mal kurz einhören. Mal gucken, was auf der Ebene noch zu machen ist. Okay. Anscheinend haben wir jetzt fast alles durch. So ein paar Kleinigkeiten sind irgendwo noch, aber größtenteils sind die Sachen fertig. Das gehörte zusammen. Hier ist sowas. Die Heizkette hat immer noch irgendwo Stellen. Helmplatte. Vielleicht müssen wir da auch noch mal. Okay. Haben wir hier noch irgendwie was, was wir jetzt so... Okay. Das könnten wir schon mal mitnehmen. Die scheint nix mehr zu sein. Scheint... Dann müssen wir tatsächlich noch mal oben drauf. Ui. So, dann wollen wir noch mal kurz einmal wechseln. Bei irgendwo... Helmplatte... Ist das... Ne, das ist sie nicht. Ist das... Wird... Da ist noch ein bisschen was. Und es ist es nicht so, dass ich sage, okay... Vielleicht... Oh... Tschö. Tschö mit Öl. Einmal nochmal das lange Gestell. Aber die Halskette, da fehlt doch noch was. Warte, mal gucken mal her. Aber das ist, von oben sehe ich jetzt auch nichts. Was jetzt? Die kann man nicht runter machen. Ah, ok. Den haben wir auch fertig, den haben wir auch fertig. So, jetzt haben wir noch die da. Aber ich sehe nirgends gut, dass die Gesichtsplatte, Helmplatte. Da unten bei den Armen muss noch was sein. Aber ich sehe jetzt auch nicht, dass das hier irgendwo... Hä? Wo soll das denn da dreckig sein? Warte mal, wie machen wir erstmal das? Ach so. Mal wieder auszusehen gewechselt. Da ist sowas. Ok. Da ist so ein bisschen was. Da. Gut. Ok. Also wir haben eine Armplatte haben wir noch. Da. Eine Armplatte. Ok. Brustplatten sind auch noch drei Stück da. Oh. Brustplatte. Welche ist es denn? Da. Die. Die ist es. Oh. Eine Gesichtsplatte ist auch noch. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Und dann fehlt da noch diese eine Helmplatte. Eine Gesichtsplatte. Welche Gesichtsplatte fehlt denn? Nein. Hier vielleicht. Die. Die da fehlt. Äh. Hallo. Steck fest. Schon wieder. Wo stecke ich denn noch mal fest? Mensch. Ich wollte hüpfen. Zack. Einmal hier auf die Schulter rauf. So. So. Eine Gesichtsplatte. Oh. Aber das ist sie. Lieber das. Okay. Ich habe nichts gesagt. Bitte hilf mir. Ich habe etwas Schreckliches getan. Jetzt ist mein geliebtes Stadtflugzeug voller Eier. Na ja. Besser ist das Ding hier. Das anscheinend ja irgendwie magische Fähigkeiten Richtung Vulkan hat. So. Wir können es ja so machen. Haben wir das hübsch gemacht? Sehr schön. Herzlichen Dank für deine Hilfe bei der Statue. Wir sind überwältigt. Wir sind erstaunt über die Statue selbst. Ganz zu schweigen von den Lichtstrahlen, der auf dem Vulkan abgefeuert hat. Auf dem Vulkan abgefeuert hat. So viel gibt es über diese Völker zu entdecken. Zum Beispiel. Wer oben alles in der Welt waren sie? Alles sieht ziemlich fischig aus. Vischi. Vischi. Weiter. Flugzeug. Ein Flugzeug. Noch ein Flugzeug. Weiter. Wo ist der Vulkan? Okay. Ist gar kein Vulkan irgendwie. Na gut. Okay. Das war seltsam. Das war seltsam. Die Statue? Stimmt die Übersetzung. Gerade als ich nichts von den Rushes runter wollte, gab es einen riesigen Lichtblitz. Ich dachte, das wäre es mit mir. Aber nein. Der Vulkan hat sich einfach sofort beruhigt. Okay. Und dann? Jetzt fängt er wieder an zu googeln. Aber was auch immer es war, sollte uns hoffentlich etwas mehr Zeit verschaffen, um wenigstens alle aus den Marken zu schaffen. Okay. Ich glaube, das hier ist eine sehr ölige Angelegenheit. Das ist sehr viel Öl. Oder was auch immer es ist. Ich habe keine Ahnung. Dann erzähl uns doch mal deine Geschichte, wer immer du auch bist. Da ist sehr viel Öl dran. Wahrscheinlich gibt es hier auch sehr viele Einzelteile wieder zu machen. Oh Gott. Das denke ich ja gar nicht so hoch hier. Das erste Teil haben wir fertig. Nice. Hallo. Schön, dich zum allerersten Mal zu treffen. Wer sagt sowas? Es ist doch schön, dich zu treffen. Wie ich höre, sollst du auf meinem Privatflughafen arbeiten. Ja, scheint so so. Ich verlasse mich darauf, dass du äußere Diskretion wachst. Ich bin mir mal stark an. Ich kann ja nicht wirklich was sehen. Gibt es hier was zu sehen? Hier geht einige wichtige und geheimnisse grämerische Menschen in der Welt aus. Also, was immer du siehst, darf mit keinem anderen Menschen besprochen werden. Ist das klar? Wir müssen doch gleich mal ein bisschen umgucken. Wie wir was erzählen haben. Wie noch immer. Ich habe keine Ahnung. Wie noch immer wir irgendwas erzählen wollen. Wollen, können, etc. Das waren jetzt aber nicht nur Eier, ne? Was du abgekriegt hast. Um dir ein Beispiel zu geben. Erst gestern kam ein Privatschild rein. Da hinten steht doch ein Privatjet, oder? Ja, und nun? Wer weiß, was ich in der Aktentasche war, die sie dabei hatten. Aber ich kann dir sagen, dass es kein Briefpapier war. Wie schön für dich. Wie schön, dass das alles so... Wenn du jetzt irgendjemanden x-Beliebungen erzählen würdest, würden wir alle drinstecken. Ah, ja. Warum erzählst du mir das dann? Irgendjemanden, der ein Flugzeug hier sauber macht? Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Oh, dieses blöde Öl, ey. Mann. Ich hasse Öl. Was doos gemacht wurde mit Eiern beschmissen. Ich möchte jetzt gar nicht die Geschichte hören, warum er mit Eiern beschmissen worden ist. Irgendwie interessiert das mich. Wieso? Oh, 56 Prozent. Ja. Der lässt sich doch mit arbeiten, würde ich sagen. 56 Prozent, das ist ja schon. Da sind wir gerade jetzt ein paar Minuten dabei. Wischi, wir haben noch etwas Fantastisches in der Wüste gefunden. Bereit für einen weiteren historischen Moment? Ja, klar. Immerher damit. Jeden Tag bringt ein neuer Grund, den Mund zu halten. Der Tag bringt einen neuen Grund, den Mund zu halten. Oh Gott. Ja, bitte. Lass mich doch mit diesem Tratsch in Ruhe. Oh mein Gott. Ich bin so geheim, wie heute Abend steht bei uns ein Promi-Paar ab. Das ist wundervoll. Erzähl's mir doch nicht. Nun sind sie kein Paar, wenn du verstehst, was ich meine. Hör auf mir das zu erzählen. Du willst nicht wissen. So, hier noch die Ecken. Schön, dass sie mich auch die ganze Zeit bei der Arbeit zutextet. Wundervon ist abgesehen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier gar nicht vorankommen. Wo wir ja schon 69% haben, ich weiß, aber trotzdem. Wenn das hier so eine heikle Angelegenheit ist. Wie kann es denn sein, dass der Eier hier abkriegt? Wahrscheinlich ist das so ein Typ, der erzählt allen, wie geheim das alles ist. Und wie geheim alles bleiben muss. Aber er erzählt das jedem. So wie uns gerade. Das ist... Das wird, glaube ich, sein. Jeder weiß eigentlich doch wohl bescheiden. Und er sagt dieses Mal, oh, was ein großes Geheimnis das so ist. Dass irgendjemand mal die Klappe aufmacht und sagt, das ist gar kein Geheimnis. So, dass du es allen nicht seht hast. So, da, 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 da. Jetzt haben wir ja schon mal wieder ein bisschen was fertig. Weil es so Kleinteile sind. Kleinteile machen auch Mist. Dieses ganze Öl... Ach Scheiß, geht doch nicht richtig ab hier. Stilltermilch INGESWAHROS noch Ei! 掃, da, 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 außerdem pflückt irgendwann dieses Mil- Milliarden. Ich denk, einen Militär! Einen, das wohl Geheimnis-Klimaerische aus der Welt sind. Du hast ihn getroffen, er ist ein Geschäftsvertrag von mir. wahrscheinlich ist er das interessanteste von allen mich jetzt interessiert kein klatschen tratsch er lebt in der hülle wie ein superheld es ist batman sagt er hat ein zubehör folgen er hat sie mit zubehör zu vollgestopft nämlich eines tages mit hin kann es kommen war super wir haben also robin getroffen oder wie wenn man so wo wieso ich das jetzt verstehe was haben wir auf ihm versauber gemacht in diese kleine teile wieder oder was oder wie oder was was kommt das ist es super der ist auch fertig fein das ist noch dreckig super das ist auch fertig sonst machen wir das hier noch mal ein bisschen sauber öl öl noch mehr öl supi dupi so So, das Cockpit ist immer noch dreckig, ja, ja, wir wissen es, so. Cockpit, Scharnier, ja, der Rumpf, ich glaube, da müssen wir uns gleich mal etwas vermitteln, glaube ich, den Cockpit. Ja, 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 ich komme. So. Und das hier nochmal in Kurs und dann machen wir auch voll den Schluss. So, ihr Lieben, dann war es das jetzt mit der Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.